Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch den Anime-Streaming-Anbieter Crunchyroll vorstellen. Also das heißt Grundinformationen, Preise und am Ende ein Fazit, ob es sich Crunchyroll lohnt oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns direkt nach dem Intro. So, fangen wir direkt mal mit den grundlegenden Informationen an. Ihr müsst euch Crunchyroll nicht unbedingt kaufen, denn einen Großteil der Anime könnt ihr nämlich kostenlos auch mit Werbung auf Crunchyroll schauen. Ich blende euch immer eine Liste ein, wo ihr eine Übersicht habt, was wir mit Crunchyroll Premium mehr können als bei der kostenlosen Version. Und man sieht natürlich schon direkt die Unterschiede, wo man bei der kostenlosen Version nur eine limitierte Auswahl an Anime und Manga hat, hat man bei der Version für 4,99€ oder 8,99€ den Zugriff auf alle Anime, die dieser Crunchyroll gibt. Ein sehr großer Punkt ist natürlich auch, dass man bei der kostenlosen Version Werbung hat und beim Premium-Abo hat man natürlich keine Werbung. Während man bei der kostenlosen Version nur in 480p schauen kann, sieht es beim Abo natürlich anders aus. Dort kann man nämlich entscheiden, ob man entweder in 480, 720 oder 1080p seine Anime streamen möchte. Jetzt kommen wir zum Streaming an sich. Bei der kostenlosen Version von Crunchyroll kann man nicht auf jedem Gerät seine Anime streamen. Bei dem Abo aber kann man auf allen Konsolen, Android, iOS, im Browser oder generell überall schauen. Bei dem Abo für 4,99€ hat man übrigens einen bevorzugten E-Mail-Support und Rabatte im Crunchyroll-Store. Bei dem Premium-Plus-Abo für 8,99€ im Monat hat man dazu noch VIP-Vorteile bei Crunchyroll-Events und Conventions, kann außerdem bei exklusiven Gewinnspielen teilnehmen und man hat Zugang als Beta-Tester für neue Funktionen. Das Gute ist, man kann bei Crunchyroll ein Pro-Abo für 14 Tage abschließen, um es zu testen. Nach den 14 Tagen schattet dann das Abo und falls es einen nicht überzeugt haben sollte, kann man das Abo ganz einfach nach 24 Stunden in die Kontoeinstellung kündigen. Kommen wir nur zu den Preisen von Crunchyroll. Das Standard-Abo bekommt man hier für 6,99€ pro Monat. Das Mega-Fan-Abo kann man für 9,99€ im Monat abschließen und hat da im Vergleich zu dem Abo für 6,99€ den Vorteil, dass man sich an dem Video downloaden kann und sie dann offline anschauen kann. Außerdem kann man sich halt auf einem Gerät auf 4 Geräten gleichzeitig streamen. Das Jahres-Abo auf Crunchyroll kostet 99,99€ und hat dort den Vorteil, dass man einen Preisnachlass um 16% hat und die Abbuchen erfolgt alle 12 Monate. Soviel zu den Preisen, kommen wir nun zum Fazit, ob sich Crunchyroll nun lohnt oder nicht. Ich kann euch ganz klar mit Überzeugung sagen, ja, es lohnt sich. Der Grund dafür ist natürlich ganz klar. Auf Crunchyroll gibt es nämlich über 30.000 Episoden, die man streamen kann und das ist einfach schon sehr preiswert für 6,99€ im Monat. Und nicht nur das, Crunchyroll bringt sogar eigene Anime raus. Bestes Beispiel God of Highschool. Ein wirkliches Meisterwerk, sollte jeder gesehen haben. Und ist halt auch von Crunchyroll rausgebracht worden und deshalb lohnt sich ein Abo bei Crunchyroll halt einfach wirklich. Das ist so eine große Vielfalt, die es bei Crunchyroll gibt. Und dafür lohnt sich die 6,99€ wirklich. Und falls ihr irgendwie verreisen solltet, falls ihr irgendwie draußen seid, gerade kein Internet habt oder euer Internet nicht für Anime-Streams verbrauchen wollt, könnt ihr das Abo für 10€ holen und ganz ehrlich spannend eure Serien downloaden und die unterwegs anschauen. Ich hoffe, dass euch das kurze Informations-Meinungs-Videos zu Crunchyroll gefallen und ihr habt jetzt ein besseres Bild, was ihr genau mit Crunchyroll machen könnt. Und falls das der Fall ist, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung und ein Abo dalassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.